Servus Leute, willkommen zu Princess Peach und heute geht's los mit der dritten Etage, oder wie ich's nenne, Welt 4. Let's go! Was erwartet uns denn hier alles? Und vor allem, wie viele Funkelis werden wir heute retten? Ich hab jetzt mal schon geguckt, Meisterdieben werden wir heute auf jeden Fall retten, Ninja werden wir retten. Und der Rest müsste, glaube ich, neu sein, ne? Kung-Fu, was hab ich gesagt? Detektiv, oh, wir kriegen gleich drei Detektiv, wir fangen so an diesmal. Wir kriegen gleich drei Funkelis heute. Ich freue mich. So semi, die letzten Bonuslevel für die Funkelis, ich weiß nicht, was Bonuslevel nennen, die letzten Funkelis-Level, die waren jetzt nicht so einfach. Also da hat die Schwierigkeit schon ein bisschen angezogen, was ich aber auch gut finde, weil sonst wird's zu leicht, das ist dann auch nicht so toll. Die Verschwörung im Regen. Oh, nö, Salvatel. Dann schauen wir mal, was es hier erwartet, nicht? Gut. Ja, ja, gleich. Ich gucke mich erstmal hier um. Gibt's hier irgendwas zu finden? Nö. Kann ich eigentlich hier mit meiner Lupe irgendwas Spannendes finden? Nö, ne? Ah, gut, jetzt, was geht. Hallo, Detektivin. Ein guter Hilfsdetektiv kommt immer fünf Minuten zu früh und deshalb bin ich schon hier. Ich brauche deine Hilfe, weil ich einfach, weil ich ein Verdächtiger in der Stadt herumtreiben soll. Es geht wohl jeden Tag diese Straße, ne, er geht wohl jeden Tag diese Straße entlang. Halten wir hier nach ihm Ausschau. Geil, gestern nicht, heute nicht. Läuft. Im Uhrenlärm wurde eingebrochen? Ich bin spät dran. Oh, das muss er sein. Oh, Mist. Vielleicht erfahren wir, was davor hat, dem ungemerkt Folgen. Da, aber dritt ich zu. Schnell verstecken. Dein unauffällig, Peach. Mega unauffällig, Peach. Bist du bescheuert, Alter? Du, Drecksau. Du arbeitest nämlich zusammen. Du wolltest mich gerade verraten. Er hat das fallen gelassen. Aber was? Sehen wir es uns an. Der Plan läuft wie am Schnürchen. Ihr wisst schon, was ist bald bereit. Wir treffen uns im Versteck. Passt auf, der soll euch nicht verfolgt. Aha. Es gibt also einen großen Plan, aber wo ist der welche hin? Ich weiß es nicht. Aber finden wir es heraus. Gibt es hier noch irgendwas zu gucken? Na, du Verräter? Bist du eigentlich lesen? Nö. Na gut. Das ist... Kann ich hier was lesen? Ah. Da ist eine Pfütze. Hat es vor kurzem wieder geregnet? Nein, aber hier haben wir verdächtige Fußspuche. Sie führen zu diesem Mülleimer. Das ist doch immer der Mülleimer. Hier liegen alle möglichen Dinge herum. Ob sie zu einem der Linie gehören? Geistesblitz! Jetzt ist alles klar. Da ist der also hin. Ja, aber hier muss es doch noch mehr geben. Wie? Welches? Nein, ich bin schon länger hier und habe niemanden gesehen. Oh, nein. Ich liebe die Werke von Victor Fantastisch. Victor Fantastisch. Ernsthaft? Tendo, ernsthaft? Aber ich weiß wirklich nicht, welches davon echt ist. Bitte finden heraus, welches Gemälde echt ist. Wo ist das? Das ist mir kein Kunstkritiker. Was weiß denn ich, Mann? Kommt und seht her. Hm? Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von mir gemalt. Lass dich nicht täuschen. Wer ich bin? Einfach nur ein Künstler. Niemand wichtiges. Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von ihm gemalt. Es passieren so viele Dinge. Ob mir etwas seltsam und fern ist? Naja, ich hörte jemand durch eine Kütze laufen. Ich bin doch viel zu fein, um die Schuhe nach Kütze schmutzig zu machen. Ja, ja, gut. Das mit dem Schloss. Ich glaube, das hier ist das Bild. Ein aussehender Detektiv von Victor Fantastisch. Ich glaube, der ist es gewesen. Der Detektiv. Weil das der Funkeli ist, der hier in diesem Theaterstück eigentlich auftreten sollte. Du hast ein großartiges Augen für Schönheit. Dieser echte Fantastisch soll dir gehören. Ich wusste, dass du diese Rätsel lösen kannst bei einzelner Detektivarbeit. Was sagst du? Dieses Gemälde ist für mich? Sehr gut. Ich danke dir. Dann ist dies für dich. Yay. Eine Schleife für Stella. Bums. Dankeschön. Weiter geht's. Also dann. Ab ins Versteck des Diebes. Oder der Diebe. Oh, tut mir leid. Ich mache das Wort den Weg frei. Da ist er wieder. Diesmal wischt er uns nicht. Nein, das wird er auch nicht. Wir werden den Laden in der Weile schließen. Schön ruhig halten. Hier ist Säcke. Was soll das denn? Da kann man rein. Diese Tür ist ja etwas offen. Oh, sieh mal Münzen. Jemand verdächtigt ist ja klar. Beim Mietshausort habe ich jemanden gesehen. Mein Kumpel wohnt im Mietshaus dort. Die Straße runter. Lädt mich mal ein. Das glaube ich nicht. Okay, da waren Münzen drin. Irgendwie gibt es ja verdächtigt wenige von den anderen Dingern. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Banditensteck befinden soll. Wir können jetzt die, ihr wisst schon was, fertigstellen. Trefft uns im Versteck. Über dieser Tür gibt es ein Blattrelief. Okay. Und einen Hinweis. Das ist ja eine wirklich große Holzkiste. Ist das denn hier besonderes? Wir gucken mal nach. Da ist das Blitz. Wenn sie oben heilen, da ist ein Herz. Ah ja. Es war so klar, dass ich bereits das übersehen habe. Es ist doch immer so. Ich gebe es einfach auf, glaube ich. Okay, also ganz rechts ist es nicht. So, da bin ich wieder. Okay, haben wir stehen geblieben. Ah, richtig. Wir wissen, dass es der rechte Eingang nicht sein kann. Äh, dann munkelt, dass ich hier irgendwo einen Banditensteck finden soll. Ja. Ich muss mal Informationen einholen. Mein Kumpel wohnt im Mietshaus, dort die Straßen. Legt ihn nämlich mal ein. Mein Mitbewohner und ich sind vor kurzem in die Wohnung mit dem Blütenrelief eingezogen. Okay, okay, okay. Also. Ja, dann kann es nur die Mitte sein, nicht? Denn hier ist ein Blattrelief. Bingo. Sind wir ruhig oder sind wir gut? Äh, äh. Oh ja, gut. Warte einfach. Leise, ganz leise. Aha. Schon bald bin ich zur Stadt. Unser Geheimnis an einem geheimen Ort. Und, äh, das habe ich nicht lesen können. Die Bombe ist bereit. Ah, hast du gerade über die Bombe gesagt? Wer ist da? Sie haben uns erwischt. Noch die Zeit weg. Setzen wir die Blase vor und die Tat um. Wartet. Du Trottel. Wie habt ihr noch gehabt? Aha, unfähiger Hilfsdetektiv. Mein Spacken. Das war, äh, sehr unauffällig, was der Eingang ist. Wir haben hier eine Tresor. Eine Kiste. Eine Schatztruhe. Warten wir mal auf. Tada. Und da ist noch eine Schatztruhe. Noch eine Schatztruhe? Wir haben mal auf. Noch mehr Geld. Und das war's. Okay, tschüss. Einmal kurz die Diebe ausgeraubt. Werden es den braven Bürgern dieser Schatzt zurückgeben? Vielleicht. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Sie wollen das in Luft sprengen. Aber, wenn wir wissen, was ihr Ziel ist, können wir sie aufhalten. Du bist doch der Tiefen. Weißt du, wo sie ihr Bomben platzieren wollen? Also, ohne hier nach Hinweisen gesehen zu haben, werde ich es wohl nicht rausfinden. Ein Teleskop. Haben sie etwa die Sterne beobachtet? Sehen wir da nicht durch. Worauf ist es gerichtet? Aha, wir haben unseren Hinweis. Wir wissen jetzt. Eine Schatztruhe schon wieder? Ja, das ist mir egal. Wir wissen, wohin sie wollen mit ihrer Bombe. Aber wir haben ja noch ein Buch. Platzieren an Glocke. Die Donation Mitternacht. Hier schaut ihr Plan an. Man erkennt nur einzelne Wörter. Das hat man ja herausgerissen. Das sieht bei einer Karte aus. Ob das irgendwas mit ihrem Plan zu tun hat? Ja, vermutlich. Wir beobachten dieses Gebäude. Ein Modell des Museums. Sieht bekannt aus, oder? Ja, 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 ja. Ja, warte mal. In dem Plan stammt was von Glocke. Die beobachten das Museum. Aber in dem Plan stammt was von Glocke. Hätet euch die ganzen Bomben an. Wenn auch nur eine von ihnen hoch geht. Beobachten aber das Museum. Und nicht den Glockenturm oder die Brücke. Aber hier reden sie von einer Glocke. Was ja nicht geht, weil das Museum keine Glocke hat. Wollen die also das Museum ausrauben? Alle weglocken, indem sie den Glockenturm platt machen? Kombiniere, kombiniere. Was würde Shinichikudo jetzt sagen? Das geht nicht ganz zusammen. Das ist ein Spiel für Kinder, Mann. Und ich kapier's nicht. What the fuck? Nehmen wir doch mal einen durch. Ah doch, der Glockenturm ist da. Das hast du gesehen. Ich bin doof. Es sind einfach nur drei Häuser. Es ist nicht das Museum. Okay, ich bin einfach nur doof. Diese Detektiv-Level liegen mir einfach nicht. I'm sorry. Das ist ein exakter Nachbau des Urturms der Stadt. Ich freue mich jetzt schon auf das Funke-Lin-Level. Das hat mir genauso wenig liegen. Tada! Ah, sie haben also den Urturm im Visier. Ich wusste, du würdest sie durchschauen. Ja, das wird der längste Level im ganzen Let's Play, ey. Wir müssen die Polizei verständigen. Wir sollten schnell zum Urturm gehen. Weil diese Level fressen so viel Zeit. Jetzt schon. Eine Katze. Danke, dass du wieder mal mit meinem Fall hilfst. Wir konnten hier liegen, dass drei Personen mit einer Bombe dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Ich gucke mir aber erst noch hier drüben um, weil da ist nämlich ein Dingelchen. Tada! So. Das habe ich gesehen. Und hier drüben? Ah. Man kann hier rein. Clever. Aber die Fahnen zeige ich es ja sogar an. Dass ich sie... Ach so, aber es wird nur so... Na gut. Geh mal rein in den Glockturm. Nein! Man sieht sich, ihr Trottel! Verdammt! Wir sollten den Aufzug nehmen, um ihm zu folgen. Ja, wir brauchen aber den Schlüssel mit der Nummer 6. Hier ist die 8. Das kann man nicht lesen. Da steht nichts drauf. 5, 9. Hinweis. Da ist keine Treppe? Das ist ein Problem. Ach was. Captain Obvious. Mit dem richtigen Schlüssel sollte der auch so funktionieren. Wir haben... die haben sich ja ganz schön ausgetobt. Ja, 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 ja. Warte, die 9 ist die 6. Ich sehe es schon. Okay. So viele Schlüssel sollen die damit unbefugte abgeschreckt werden? Äh, das hier ist die... Die 9 sieht aus, würde sie gleich runterfallen. Das ist die 6. Das ist keine 9. Obvious. Obvious. Endlich mal ein Moment, wo ich ein bisschen besser aussehe. Das ist ja nämlich keine Schlüssel mit der Nummer 6. Also der 6. Stock. Und der Aufzug fährt auch nur den 6. Stock. Ganz zufälligerweise. Weil... Weil Baum. So. Du hast es geschafft. Jetzt können wir ihnen folgen. Einmal aufwärts, bitte. Hätte uns ein anderer Schlüssel vielleicht mit einem Stern gegeben. Bestimmt. Wahrscheinlich ja. So viele Dokumente. Am besten rühren wir sie nicht an. Sonst kommen die noch ineinander. Darunter glänzt ja was. Ah, Geld. Hm, ein Rohr. Vielleicht gehört es zu dem Mechanismus, mit dem die Uhr betrieben wird. Das ist ein Verbrecherli. Komm da raus! Wir haben dich gefunden! Auch frischer Tat ertappt. Einer von ihnen hatte sich also dort versteckt. Zum Glück kam mir ein Kleid von der Tiefen. Heraus damit! Wo ist die Bombe? Hier ist die Bombe nicht! Also findet ruhig noch mehr Zeit! Hast du eine Nervensäge? Geht ihr weiter? Ich kümmere mich hier um alles. Jawohl! Wir finden doch den Rest noch. Tada! Bims! So. Okay. Dann einmal nach oben, bitte. Und dann... Sie müssen dorthin gegangen sein. Ja, ja, aber warte, 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 warte. Ich kann nicht mehr runter, ne? Scheiße. Hätte ich mit dem fünften Schlüssel noch einen Stockback 5? Ne, der war mir ja gerade. Okay. Hallo! An mir! Kommt ihr nicht vorbei! Hätte ich fest! Übergeben wir uns sofort die Bombe! Wie, du hast sie nicht dabei! Wo ist sie denn? Hätte ich nicht dabei? Hey, hey! So, solange ihr wollt. Der oberste Stock ist jedenfalls nicht, ihr Trottel! Wir werden die Wahl schon erfahren! Nutzt ihr ein detektivisches Können? Und wir raus, wenn mal die Bombe ist. Ja, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich weiß, da ist ein Schlüssel da oben. Da ist ein Schlüssel da oben! Aber wie komme ich da ran? Was bist du? Detektiven, ich habe eine Idee. Geh doch mal hier rein. Ja, da ist ja auch nur eine Tür. Wo soll ich trotzdem gehen, du Vogel? Der will uns doch bestimmt hereinlegen. Die Bombe muss im obersten Stock wachsen. Nicht unbedingt. Ach du Scheiße! Was ist das? Ein Teil von etwas? Aber wo gehört das hin? Heute gibt es nur noch die Nerven. Das ist unglaublich. Noch ein Teil von etwas. Aber wo gehört das wohl hin? Ja, Captain Obvious. Wäre es mit da drüben hin? Vielleicht? Da ist etwas drin. Noch ein Teil von etwas. Ist das ein Zahnrad? Ja. Wir sollten hier alle Teile sammeln, die wir finden. Welch Hexenwerk! Damit ist der Aufzug da. Wir können gehen. Einmal nach oben, bitte. Und der nächste Aufzug ist weg. Das Zahnrad ist mehr Teile zu brauchen. So können wir sie verwenden. Ja. Wir sind drauf. Gut. Mit diesem Mechanismus eröffnet und schließt man also den Schacht. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, wie er mit den Zahnränen erbunden ist. Ja, uns fehlt ein Zahnrad, ist mir schon klar. Ah, oh, hallo. Werden haben wir denn hier? Da ist ja ein ganz schön großes Zahnrad. Geistesblitz! Aha. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einen von ihnen finden. Gut gemacht. Weiter so, Herr Detektivin. Ja, das... Ja, mich habt ihr vielleicht erwischt, aber die Bombe tickt noch. Tick, tick, tick. Und trac. Überlass diesen nicht so ruhig mir. Finde nur die Bombe. Ich bin schon dabei. Ich werde sie finden. Keine Sorge. Überlass das mir. Ich klinge sogar alle Dinger zusammen. Also, weil ich mich jetzt nicht blöd anstelle. Nein! Are you fucking serious? Und wieso kann ich das Zahnrad nicht reparieren? Wir brauchen wohl einen Schlüssel, damit diese Aufsinnung funktioniert. Aber da kommen wir nur ran, wenn wir die Tür hier aufkriegen. Aber wir brauchen das... Warte mal. Vielleicht von hier. Ah, okay. Ob wir mit diesem Zahnrad etwas anfangen können? Ja, an den Schlüssel rankommen. Tada! Oh, der Schacht hat sich geöffnet. Der Level ist schon extrem cool, ne? Weil wir sehr lange brauchen dafür. Aber er ist extrem cool. So, Schlüssel! Du hast einen Schlüssel gefunden. Was hat denn hier? Haben wir schon unten gesehen. Stella, nur so nebenbei. Aber egal. So, ich habe heute wieder bei so einem leichten Nusch liegen, damit das Gefühl. Alles ein bisschen stressig heute. ein Tuch. Ein Tuch. Darunter liegt etwas rechteckiges. Ja, aber warte, warte, warte. Wir haben auch so eine Glocke gesagt. Na ja, genau. Genau, 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 genau. Die Glocke des Uhrenschubs ist enorm, oder? Die gehört bestimmt die gehört bestimmt in der ganzen Stadt. Und da ist noch die Bombe drin. Das haben sie ja gesagt in ihrem Dokument. Da muss die Bombe sein. Tada! Und Level zu 100%. Moment mal. Es gibt nichts zu feiern. Und es geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Oh, gute Idee. Direkt unter dem Fenster ist ein Fluss. Action Cam! Trottel. Und wirf Peach! Boom! Das sieht doch gut aus. Alles geholt in dem Level. Und das, obwohl ich mich so dumm eingeschneitert habe zwischendurch. Direkt tief in Schleife erhalten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, nächster Level, Leute. Oder wollen wir erst die Funkeli-Aufgaben? Ne, wir sammeln die erst mal. Wir sammeln die und dann gehen wir runter. Und heben uns den letzten Level. Aber was Neues ist dann zum Schluss auch. Wir gehen jetzt erstmal rüber und machen Ninja und, äh, was war das andere nochmal? Ninja? Meister-Deben. Genau. Okay, Deben war aber cool. Da freue ich mich drauf. War auch schön... Oh, das ist geruckelt gerade. War auch schön fast-paced. So. Im Laden soll er ein Spezialkleid geben. Den müssen wir mal an, Peach. Ja, wie meins. Den müssen wir das Spezialkleid mal an. Einmal kurz in das EG. Was ein Glück gibt, gibt es den Aufzug. Das Spezialkleid, also. Ich bin gespannt. Was kann denn dieses Spezialkleid? Wenn das jetzt scheiße aussieht, dann wäre ich ja besauer. So, das ist ein Spezialkleid, habe ich gehört, ne? Cowgirl-Spezial-Kleid. Patissiere-Spezial-Kleid. Suchschein-Kleid. Funkel-Kleid. Die sehen irgendwie alle nicht so gut aus, wie das sie aktuell haben, ne? Lichtspiel-Kleid. Ah, ich mache mal was anderes, wenn man das Cowgirl-Kleid, ne? Wow. Tada! Jawoll! Und was haben wir für Stella noch Feines? Können wir ihr jetzt geben? Die Funkel-Schleife. Naja, warum nicht? Hat sich auch mal was Neues. Okay. Ist eigentlich so sinnbefreit, ne? Aber es ist witzig. Gut, zurück in das dritte OG. Wir haben noch was zu tun. Wie gesagt, pro Part eine ganze Welt. Äh, ja. Schauen wir mal. Einfach noch was rauszuschneiden, eine gute Sektion. Wollen wir doch die Aufnahmen wieder teilen, aber ich habe gleich Essen bestellt. Das heißt, da kommt gleich was. Dann fangen wir hier an mit dem Ninja. Ninja. Ninja-Künste. Weg des Feuers. Was erwartet uns jetzt Lustiges? Vor allem die große Herausforderung ist jetzt die Steuerung von einem zu merken, ne? Das ist, jeder hat seine gewissen Feinheiten. Ninja-Peach. Oh, bist du eben uns zu helfen? Jawoll, genau das ist meine Aufgabe. Warte. Sieht dir das an. Die Wächter könnten ein Problem sein. Die haben irgendwas in der Burg angebracht. Tschüss. Ich habe eine Idee, ich glaube, ich habe das noch machen können. Ähm, der guckt nicht weg, das ist doof. Ah, der geht jetzt hoch, warte mal, warte mal, warte mal, der geht jetzt hoch. Wenn das so ist. So. Hehehe. Toll, für ein bisschen Ketisches gemacht, geil. Ja, du bist noch aktiv. Jetzt nicht mehr. Okay, aber hier ist noch was. Ein Bonus-Areal. Dann nix sie rein, ninja'd. Ach so, okay, 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 wusch. Werd ich. Gut, dann gehen wir hoch aufs Dach. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich glaube, hier kommen wir nämlich nicht lang. So, zack, 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 zack. Leute, ich bin da. Wer noch? Oh, hier ist noch was. Geld, okay. Heppala, wusch. Infiltration. Sie haben gute Ohren, nutzen wir das aus. Na, du. Zack. So. Hier ist noch etwas. Bonus-Raum. Echt? Okay. Interessant. Und war auch das erste tatsächlich. Auch sehr interessant. So. Ballah. Äh, warte. Ja, boah, Gott. Zack. Hey, Idioten. Wusch. Wusch. Hä? Was ist das? Ich dachte, dagegen hauen hilft auch. Ja, das war nicht so. Egal, was so geklappt. Nutze die drehbaren Wände. Nee, warum? Ah. Ah, warte mal. Gut. Hihihi, Trottel. So, was gibt's hier drüben, Feines? Ein Sternchen, sehr schön. Näh, dich um. Zack. So, aufgeschlitzt. Äh. Äh, Ulu? Ach so. Nee, warte mal. Doch. Äh, nee, nee, hä, warte. Hä? Äh, 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 äh. Ich glaube, ich verstehe, was die von mir wollen. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich hier wieder rüberkomme, dann. Man, ich kann den jetzt hier rüberholen. Jo. Dann bin ich aber hier, komme ich nicht mehr hier vorbei. Seht ihr da ein Problem? Das ist ein bisschen doof. Ähm. Scheiße, ich muss den aber da drüben haben. Ach so, ach, ich bin so doof manchmal, ne? Ich bin manchmal echt ein bisschen belämmerd. Ich kann ja vorne rumlaufen. Oh Gott, Schraubstl. He, 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 he. I am the ninja master. Da. Einmal schleifen bitte, danke schön. Und dann? Gehen wir erstmal hier rüber? Eh, wir müssen wir gar nicht. Wir können hier rüber. Ja, doch, ne? Wir können direkt weiter gehen, wir müssen nicht. No, alles klar. Und Schüsseldorf So Hast geschafft Wow, was? Oh nein, die wurden entdeckt Ein Boss Wir werden die besiegen Ich bin eigentlich schnell genug Halt du sie auf Jawoll, unterwegs Oh Mist, dann wär's ja runter Egal Das bisschen Geld interessiert mich grad nicht Bin der beste YouTuber ever Ich sag, Geld interessiert mich nicht Oh was? Wie gemein Oh, das ist fies Das ist ja mal richtig fies gewesen Gerade Hilfe Du hattest unser Feind und du hast Talent Echt? Daher vertraue ich dir diese Schriftrolle an Nur du kannst unseren Feind besiegen Liegen Jutsu des, keine Ahnung Raddrehens Aus dem Weg jetzt, Rottel Und ist du Badabum Das Ning Jutsu des Raddrehens Ja, aber das letzte Ding hat verkackt leider Dita Ärgert mich ein bisschen Aber damit musst du auch erstmal rechnen Dass da so ein dummes Ding dann kommt Wo man rumspringen muss Das ist Naja Egal Egal Wird alles reichen zum Schluss So Äh Ich mach jetzt aber einen Schnitt Weil wie gesagt Essen bestellt und ich weiß nicht Wann das auftaucht Deswegen Es ist mir lieber Wenn ich das höre Logischerweise Aber für euch ist das alles nach wie vor ein Video Tut mir leid, dass die letzte Folge schon so komisch war Und die ist es jetzt wieder Ich kann es mir aktuell nicht aussuchen Leute, es tut mir leid Ich wünschte ich könnte es Aber ja, da geht es nicht Und ich hab keine Ahnung, wann der nächste Level ist Also ich müsste so oder so unterbrechen Dann lieber jetzt Und dafür können wir uns dann komplett auf den Rest fokussieren Nicht wahr? Gut Dann also wie gesagt jetzt für euch Kleiner Schnitt So, dann bin ich wieder Weiter geht's hier Bitte Meister, die bin Peach Und dann geben wir auch ins Erdgeschoss Versprochen Der andere hat ja gerade den ganzen Tag genervt Bitte gegen ihn ins Erdgeschoss Ja, ich stehe jetzt die ganze Zeit da rum Die gestohlene Statue Na dann werden wir mal schnell zu Kaito Kid Oder Kaito Peach Bitte bis nebenbei Ich hab wieder an alle Content-Filme gucken Bin wir jetzt bei Film 14 Das verlorene Schiff am Himmel Das verlorene Schiff am Himmel Ich fühle mich aber so gut, ne? Gibt doch keinen, der wirklich schlecht ist Der wirklich hinten runterfällt Äh, äh Ah, Flugzeuge Was ist da los? Keine Ahnung Ich kann nicht nach hinten nach vorne, okay Sofort anhalten! Hm, der Meisterdieb Funkeli wurde entführt Wenn's da jetzt ein Secret gab Wenn ich mir fallen lassen könnte, wäre das echt fies Die sind schon über alle Berge Ui Und zack Ein bisschen konzentrieren gerade Nicht, dass ich irgendwo runterfalle Das muss ja nicht sein, nicht wahr? Naja Ups Give me your money! Ha, war das gut oder war das gut? Ich hab dich keine so fucking konzentriert, Leute Dass ich keinen Bock hatte abzustürzen Äh, und jetzt? Okay Einfach hinterher fliegen mit dem Flugzeug Na gut Dem Fliegzeug Gebt sie wieder her! Ist das ein Zeppelin! Cool Ich mag Zeppelinen Oh, wusch! Werden ja nicht mehr gebaut heutzutage Ja, nicht mehr so So viel Es gibt ein paar, ja, aber Man hat die Technologie weitestgehend fallen gelassen Und ich weiß nicht ganz warum Umweltfreundlicher kannst du eigentlich gar nicht die Gegend reisen Oh Also mit dem Zeppelin Ja, der ist jetzt nicht so schnell Okay Und das mit der Hintenburg damals ist blöd gelaufen Aber Haben wir aufgehört Schiffe zu bauen Weil die Titanic versunken ist? Oder haben wir aufgehört Flutzeuge zu bauen Weil Das auch nicht immer gut ging? Ich glaube nicht Aber den Zeppelin hat man fallen gelassen Größtenteils, wie gesagt Ist schon interessant Aua Du Rattenviech Du blödes Was ist schon necessär Äh, ich glaube nicht Nicht Ja, ich glaube nicht , das ist Eiste Was? Ich glaube nicht Das ist Ich glaube nicht Das ist alles zu einem dusseligen Stern, Mann! Oh Gott. Na, der weiß, wir sind daher Gutes. Drehst du dich um oder bleibst du in die Richtung? Kann ich jetzt umdrehen, oder bin ich sauer? Nein! Ich bin auf den gelandet! Das ist doch nicht wahr, ey. Ach, fuck. Das ist doch nicht wahr. Ich bin auf den drauf gelandet. Ah, bin ich kaputt. Nein! Wieso bleibt ihr denn nicht da oben? Jetzt. Gut so. Hoffentlich fahre da jetzt nichts, ne? Und... Hacken! Ah, nochmal hier entdeckt. Kommt das jetzt her? Da war ein Stern. Ich hab ihn gesehen. Aber ein cooler Le... Oh Gott. Cooler Level! Shit! Wilkowski! Ah, der war auch hier rumzubomben! Ich bin doch nur hier! Ihr dämlichen Idioten! Scheiße! Ufff! Okay! Oh, warte! Oh, lange kommt! Uff! So, guten Morgen, Leute! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hecken! Hecken, 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 hecken! So, ausgeschaltet seid ihr jetzt, Idioten. Da geht es lang und da geht es aber auch lang. Hier, die werfen wir gerade. Hui. Das war der richtige Weg, oder? Ja, 100%. Genau, mein Glück. Dankeschön. Äh, und jetzt? Ah. Diebe entdeckt. Du blöde Kanone. Hehehe. So. Verstärkung angefordert. Ah, vergiss es. Du hast es geschafft. Mission viel geschlagen. Selbstzerstörung eingeleitet. Hä? Oh Gott, oh Gott. Raus hier. Nix wie mich. Lauf, oh Gott. Sofortige Abbildung aller Bereiche. Ja, aber nicht, wenn ich noch hier drinnen bin. Oh Gott. Oh Gott. Ach, die Schande. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, ob es der richtige Weg war oder nicht. War auch ziemlich egal. Oh Gott. Wahrscheinlich mal oben lang gemusst zum weiteren Sternchen. Ne? Ist doch so. Wird nur oben lang gemusst. Oh, mein Ongi juckt gerade. Ah. Unangenehm. Und das war's schon, Leute. Level vorbei. Haben wir echt nicht viel gefunden, ne? Haben wir einiges? Hab grad nicht mitgezählt. Ja, wir haben einiges liegen lassen. Scheiße. Meister, die wir in Schleife erhalten. Okay. Und jetzt gibt's das Erdgeschoss, Leute. Seid gespannt. Die nächsten drei Funkeli-Levels. Das heißt, wieder drei Bosskämpfe. Boss, Boss, wir wollen den Boss. Sicher, Digga. Gott. Entschuldigung. Ach ja. Der wäre echt gut voran mit dem Funkeli-Levels, muss ich sagen, ne? Okay. Ab ins Erdgeschoss. Geht bitte alle ins Erdgeschoss. Ja, ja, bin schon unterwegs hier. Jo. Wie ist eigentlich... Geht bitte alle ins Erdgeschoss. Wo bin ich eigentlich? Gibt's da unten irgendwas Spannendes jetzt? Der würde es ja nicht umsonst sagen. In den Keller wollten wir eigentlich jetzt, ne? Ich zeige die ganze Zeit den Eckschuss mal in den Keller. Was gibt's jetzt hier Spannendes? Wollen wir mal alle hier runterkommen? Wieso gar nicht so ein komischer Kameradepter? Hi. Wo finde ich nur... Hallo, ich bin der Fotograf Vogeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Deshalb will ich auf der Suche einer Person, die meinen Fotos als gewisse Epplas verleiht. Küsse ich gelang mir eine vorzügliche Aufnahme, eine atemberaubende Vorstellung. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ich hoffe, es macht ja nichts aus, wenn ich Fotos in einem glanzvollen Auftritt anfertige. Wenn du in einem Stück alle Vogelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Zum Dank der Zusammenarbeit erhältst du von mir ein Album mit den Fotos darin. Ich kann es kaum erwarten, einer deiner Aufführung beizuwohnen. Album erhalten, Peaches beste Auftritte. Ach du Scheiße. Okay, also hierfür kann man dann die 100% sammeln und dann bekommt man das Album voll. Und dann vielleicht irgendeine Belohnung, was der bei Nintendo Games meistens das ultra beste, was man sich nur wünschen kann. Nicht. Okay, oh, der Dieb ist direkt vor. Machen wir gleich mal den Dieb. Diese fallen im dunklen Kerker. Ah, fiese fallen im dunklen Kerker. Los geht's. Noch einmal Meister Dieb in Peach. Drei Jahre später. Sechs Jahre später. Eine Ewigkeit später. Also gut, hier sollte auch irgendwo ein Funkeli sein. Oh, was ist das denn? Das sollten wir uns mal ansehen. Na, schade. Das wäre clever. Na gut. Oh, hi. Meister Dieb Funkeli. Wurde halt mal geschnappt? Du bist doch... Mein Glück, er hat mich nicht verlassen. Hör zu. Es gibt vier Schlösser. Erregeln sie für mich. Okay, bin unterwegs. Let's go. Wieder so ein Drogenlevelaufbau, ey. Okay. Okay, aber warte. Da oben war noch ein anderer Weg. Jetzt bin ich, ähm, neugierig. Wo ging's dann noch hin? Wow. Okay, wow. Wie viele Tür gibt's denn die noch? Dann geh ich erst mal da rein. Die wirkt dann doch ein bisschen sehr secret. Achso. Noch bin der zu. Hä? Hä? Äh? Was? Achso, jetzt ist die aber nicht auf. Ah, okay, warte, 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 ich hab jetzt alles kapiert. Nee, immer noch nicht. Ah. Schiebe-Rätsel und ich. Das ist keine gute Kombination. Ah. Schloss geöffnet. Du da, bleib noch drei. Ja, ja, bin unterwegs. So. Oh, das Spiel verzeiht zum Glück so viel. Ja, 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 ja. Hm, hm. Hm, hm. Ist hier unten noch irgendwas Spannendes? Nee, okay. Das ist schon ein bisschen konzentriert gerade. Nein! Okay, war aber die Eins. Und das war's schon für Raum 2, okay. Jetzt noch zwei. Fangen wir jetzt mal oben an. Klack. So. Äh. Wir sind gefangen. Jetzt nicht mehr. Ach, du. Okay. Interessant. Mhm. Mhm. Okay. Okay, dann so. Ich sag ja, ist nicht ganz so leicht. Ich sag ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren beim Level, er ist nicht ganz so leicht. Ist auch nicht schwer, aber du musst halt gucken, wo du hin musst, ne? Einer noch! Jawoll, bin da, bin unterwegs. Der letzte. Last but not least. Was ist das für Sprache? Gar keine. Oh Gott! Geschafft! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wer ist denn in Level 4? Wer ist denn in Level 4? Geh aus! Ha! Au! Das war gemein. Muss das zurück? Das wusste ich doch gar nicht. Das wusste ich doch gar nicht. Fuck. Das wusste ich doch gar nicht zurück muss. sowas fieses. Ich dachte ich muss jetzt da auch... Blöd. Egal, wir haben's geschafft. Du bist frei, Kollege! Du hast mich gerettet. Ich bin dir so dankbar. Das war schaurig, aber auch spaßig. Was? Wir haben das den Boss vergessen. Ist hier wohl alles viel zu glatt. Hier, geh mir zuerst um dich zurück. Na dann zeige ich uns, Boss! Oh je, hier bricht jetzt alles zusammen. Aber da gibt es keinen Boss. Wir müssen nur flüchten. Da entlang! Das ist ja auch mal interessant. Ich möchte auch so hoch springen können. Richtig, Kollege! Oh oh! Tschüss! Was denn jetzt? Jetzt bin ich oben. Bravo! Ja, ich würde ja gerne, aber die macht nix! Die... Hallo, Peach! Ja! Jetzt, okay! Das war jetzt nicht allzu elegant, aber es hat geklappt! Das ist alles, was zählt! Jawoll! Dankeschön! Und welche? Der Ausklang liegt direkt vor uns! Tschüssi! Ich gebe zu, ich habe da steuerungstechnisch gerade nicht geblickt für zwei Sekunden. Das hat man, glaube ich, gar nicht gemerkt, oder? Aber kein Boss diesmal! Interessant! Und damit haben wir den Meisterdieb Funke Lee gerettet! Füße fallen im Kerker! Oh, die Kostümsteine haben wir auch nicht gefunden, ne? Schade! Egal! Nicht so wichtig! Das ist nicht so wichtig! Nächstes Mal arbeiten wir zusammen! Ob es ein nächstes Mal geben wird? Ich glaube ja nicht! Ich glaube, wir haben jetzt die Fähigkeit soweit abgeschlossen! So, wo ist das nächste? Nicht hier! Okay! Aber da! Der Detektiv! Oh, Ninja zum Schluss! Nein! Denen fehlen doch nicht mal allzu viele! Superheld fehlt noch! Meerjungfrau fehlt noch! Kung-Fu fehlt dann noch! Hm! Was fehlt denn dann noch? Ich überlege gerade! Ich höre gerade nix ein! Bestimmt gab's noch eine Eiskunstläuferin! Genau! Die Eiskunstläuferin! Könnten das ja schon alle gewesen sein? Oh! Wir wollen dann sehen! Okay! Der Detektiv Funke Lee muss hier sein! Wir sollten uns umhören! Vielleicht finden wir Hinweise! Hä? Der Detektiv Funke Lee? Den habe ich nicht gesehen! Ein klein bisschen! Was sollte er ausreichend hier sein? Sieh dich um! Das hier ist ein ganz normales Museum! Na, nicht wirklich, aber egal! Der Detektiv Funke Lee hat sich Frau Grape angeschlossen! Großartig, oder? Du bist ein Bösewicht! Tja, man kann es ja mal probieren! Ich weiß nichts! Ein Funke Lee? Ja, was das sein soll! Außerdem wird hier auch ganz sicher keiner gefangen gehalten! Jetzt ist die Leine! Entscheidend ist ja die Maske der Verwandlung! Okay! Interessant! Oha! Ich schreibe dem Sitz in den Teil, dass mir jemand etwas zustoßen sollte! Untersuche zusammengehöriger Exponate in der richtigen Reihenfolge, um die Tür zu öffnen! Du hast schon großes Können bewiesen, wenn du so weit gekommen bist! Ich glaube an dich! Viel Glück! Gezeigte Detektiv Funke Lee! Okay! Das ist dann nach der Detektiv Funke Lee! Dann finden wir sicherlich hier diese Tür! Das will jetzt einen Hinweis auf ihn! Nehmen wir uns die Exponate an! Vielleicht finden wir heraus, welch will ich zusammengehören! Ach du Scheiße, Memory! Das ist lange her! Memory! Äh! Was sagst du? Eine Gemeinsamkeit? Ohne Zusammengehörige Exponaten! Soll es etwas sein, was sie gemeinsam haben? Ah! Diese runden Dinger können nicht gemeint sein! Die sind in der Dekoration! Hä? Runde Dinger? 1, 4! Ah! Ich glaube, ich verstehe! Da ist die 2! Hä? Ach du Scheiße! Was ist denn hier alles? Oh, es geht noch weiter! What the fuck! Ah! Okay Leute! Das wird ein bisschen komplizierter das Ganze! Also! Ah! Ah! Mmm! Ah! da ist die drei was machst du denn da was machst du denn da ich habe daran gearbeitet das verstecken erwischt was machst du denn da ist die drei ok was ist hier oben warum ist das so fucking groß hilfe ah hier ist die schleife die schleifen heini hilfe ich stecke fest die tasche hat mir bekannt wollte ich mich hier vergessen okay von der seite aus komme ich da aber nicht ran anscheinend zu jedem fall die drei hier ist die zwei hier ist nichts zu sehen ehrlich sie gehen woanders hin ja nein 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 du bist ertappt da war ich so überzeugend okay weißt du was dann denke ich auch noch mal schnell auf aber er gibt mir einen guten tipp ne egal du bist trotzdem böse ich schaue euch alle du hast mich erwischt ja ich weiß wo den hinten um auch gleich schnell von wegen hier gibt es niemanden der entführt wurde jetzt aber die frage ist der am anfang das macht mir nichts vor oder ist jetzt der am anfang das hat mich verraten also sind ja alle böse okay interessant gut die exponate haben die punkte gemeinsam haben wir hier eins drückt halten wo bist die nummer eins gut wo die nummer zwei ist wissen wir auch schon die frage ist aber gerade wie kommen wir denn oben an den anderen ran bestimmt wenn wir unten was umstellen kann das kann ich mir vorstellen so einmal die zwei rosa kristall da ist die drei so und jetzt lass mich gucken wie der oben aussieht der ist doch aber genauso wie die raff ich nicht der ist doch genauso aufgestellt wie die hier wie die unten die zur seite guckt ja okay warte der guckt zur seite hast du dieses geräusch gehört das kam von oben auch dieses rätsel wäre damit gelöst leute gleich retten den detektiv funkeli und dann geht es noch zu äh den ninja du hast mich du hast den boden repariert dankeschön da muss ich jetzt aber gehen kollege ne du bist dir nicht sicher nur so nebenbei sind jede menge schurken jede menge von madame grapes leuten dann ist die dinger wieder ne sind immer noch an Gott sagen dann ist sie wieder aus krieg ich die krise du so ja her theapothamien urne und damit öffnet sich die tür wir kriegen einen stern den ersten wow bis hierhin war der erste stern uff die drüben detektivin ich bin es der hilfsdetektiv mhm der hilfsdetektiv was machst du denn hier wie meinst du das sind natürlich auch so ein detektiv funkeli genau wie ihr mhm und mein detektivinstinkt sagt mir dass er in diesem raum gefangen gehalten wird doch es gibt ein kleines problem wir haben es mit vier detektiv funkeli zu tun bitte finde den echten wir werden uns erneut treffen ich traue dem keinen millimeter ne bleibt der detektiv nicht um uns zu helfen schon seltsam hier hätte ich den hilfsdetektiv ganz sicher nicht erwartet aber egal sprechen wir mit ihnen und finden heraus welcher der echte detektiv ist bestätige eine vermutung mit einem geistesblitz sobald du weißt wer der echte ist ok ich bin es doch du kennst mich doch ich bin der echte detektiv funkeli wow das ist super schnell verlass ich auf deinen intuitionsblitz ich bin es der wahre detektiv funkeli es ist viel passiert seit die große frau grape mich gefangen hat ja genau mhm ja tschau tschüss ich muss nichts weiter sagen ich glaube an dein können als detektiv ein geist wird durch die wahrheit führen ok ja 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 ich bin der echte detektiv funkeli wir hauen ab und lösen den Fall schneller als du verständlich schon nur sagen kannst wenn wir hier raus sind wie wäre es wenn ich dich zu meiner oberhilfsdetektiven nenne das ist eindeutig oder nur er hat den geistesblitz gekannt vielen dank du hast dich wahrlich als scharfste detektiv in der wiese das ist nicht wirklich schwierig ich hatte keinen Zeitpunkt dass du die lösung über dieses problem finden würdest wir sollten nun fliehen das wäre eine maßnahme ja ja oh gott eine sackgasse ich habe wohl nicht raus sehen wir etwas um vielleicht entdecken wir eine nützliche spur ein gemälde eines schlosses wird das wohl gemalt hat ein modell des museums sieh nur wie detektiv das ist das war eine menge arbeit ein großer bücherstapel wenn man einen blick auf die bücher wirft ja sagte ich mir was da drin steht ist mir zu schwierig das ist ja eine wirklich ein wirklich großes vergrößerungsglas viel zu groß muss mitzunehmen das ist ein globus na findest du da auch das funkeltheater ne hier wird alles ganz normal sollte mir zurückgehen oder einen anderen weg suchen irgendwas stimmt hier nicht das schild das ist nur ein ganz normales ladenschild nein 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 ne das hier ist der raum sein soll aus dem wir zuvor gekommen sind wie seltsam wie seltsam hm wir scheinen uns in einer anderen Dimension zu befinden aber irgendwo muss es einen hinweis geben der uns weiterhilft Zuerst einmal habe ich ein Foto des Raums aufgenommen. Das wird uns doch nützlich sein. Okay. Dann noch mal. Ein großer Bücherstafel in meinem Blick, das dachte ich mir. Was da drin steht, das wird so schwierig, hast du schon gesagt. Das ist der Gasse mal das Ladenschild. Äh, ja gerne mal rüber. Zwei sehr ähnliche Räume und eine einzige Tür, die sie verbindet. Wir sind hier wohl gefangen. Das Geld ist anscheinend. Es muss einen Hinweis geben, dass die Flucht gelingen kann. Wenn ihr das Foto von vorhin an die Wand hängt. Vielleicht kann man etwas benutzen sein. Macht das, macht das, macht das. Foto des Raums nebenan. Fällt mir hier irgendwas auf an den Objekten, an den Vieren? Ehrlich gesagt, nein. Die sehen ehrlich gesagt alle gleich aus. Halt, warte, die Lupe. Die Lupe fehlt im anderen Raum. Es ist die Lupe, die fehlt drüben. Das ist drüben nicht vorhanden. Und damit hast du den Fall gelöst. Gut gemacht. Los, schnell zum Ausgang. Das wird eine lange Folge, Leute. Diese Welt ist echt lang. Bonusraum. Nur Münze oder auch ein Sternchen? Das ist nämlich eine große Holzkiste. Ist da irgendwas Besonderes drin oder so? Schauen wir nach. Geist, tust du... Jawohl, danke schön. Und der Rest ist egal. Wir werden den Level noch nicht komplett abschließen mit allem, was es hier gibt. Das wäre ja mal interessant. Das ist ja der erste Detektiv, der wir können gleich abschließen, oder? Und da haben wir einen der anderen beiden schon... Ich glaube nicht, bin mir mal sicher. Detektiv! Hier entlang, Detektiv! Schnell! Ich dachte, ich meine, es ist detektiv und du warst sogar schon vor uns hier. Ja. Dort ist der Ausgang. Beeilen wir uns! Lass uns nur einen kurzen Moment warten. Zuerst möchte ich dir einige Fragen stellen. Warum? Ich meine... Ja, sicher! Wie du weißt, liegt auf dem Sofa in unserem Büro kein einziges Kissen. Angenommen, du wolltest ein Kissen für das Sofa kaufen, welche Farbe würdest du wählen? Äh, so halt mir das nicht wirklich Gedanken über die Innenrechnung machen. Aber also, die lagere ganz hübsch. Sehr gut. Als nächstes, du bist um 9 Uhr verabredet. Wann kommst du das Reifpunkt an? Dann meinst du das ernst? Das ist eine komische Frage. Zumindest die Antwort einfach. Wenn man jemanden um 9 Uhr treffen möchte, ist man auch um 9 Uhr da. Nein, 5 Minuten vorher. Aha, verstehe. Dann noch eine letzte Frage. Was hältst du von dieser Grape? Ach, die gute Frau Grape. Äh, ich meine... Knuck mit diesen unsinnigen Fragen müssen durch diesen Ausgang fliehen. Ausgezeichnet. Wir haben alle an Borden, die wir brauchen. Auf geht's. Der Tiefunk, die benimmt sich heute merklich merkwürdig. Nein, du benimmst nicht merkwürdig, Kollege. Du bist ertappt. Da ist der wahre Ausgang. Ich wusste es. Dieser Ausgang und dieser Hilfstelektiv, beides nur Täuschung. Nun haben wir den wahren Ausgang gefunden. Schnell, fliegen wir von hier. Jawollo. Wir haben aber die ganze Zeit gar nicht andere. Und wir haben hier alles? Jawoll. 100%. Sella-Schleife-Detektiv mehr Farben-Schleife erhalten. Und wir haben 80 Dingelchen. Funkelkristalle. Gut, dann der letzte Ninja. Ich bin gespannt, was da erwartet. Wird schon cool. Und dann mal eine neue Fähigkeit. Kung-Fu Peach. Ich bin gespannt. Vor allem, wenn ich schwamm, wenn der Boss ist dann auf dem dritten Obergeschoss. Vielleicht bei Nächsten doch. Dass es einfacher ist fürs Verständnis. Mal sehen. Wenn wir denn merken, den Titel. Okay. Also hier wird es noch einer. Unten fehlen uns noch zwei. Also drei insgesamt. Schon mal. Drei. Vier. Ja, okay. Wir haben sie alle aufgezählt vorhin. Dann nennen wir dann Ninja. Abschlussprüfung Ninja. Wenn ihr so wollt. So, jetzt wieder drei Jahre warten. Bis es weiter geht. Und die Ladezeiten sind unglaublich lang. Muss aber auch zugehen. Ich bin inzwischen sehr verwöhnt von den SSDs in der Series X und der PS5. Da kann die Switch halt einfach nicht mithalten, ne? So. Ninja. Okay. Bereits ich auf dein Ende vor. Na, ich bin dauerliche Wendung. Hm. Hm. Zack! Scheiße, der hat mich jetzt gesehen, der Sack. Wie hat der mich jetzt gesehen? Ich war wohl nicht nah genug an der Wand dran. Ich stehe in deiner Schuld. Dein Können ist sehr beeindruckend. Nun sollten wir jetzt nicht von dir verschwinden. Das würde ich auch mal sagen. Unser Ziel ist der Turm. Die Turmspitze könnte einen Fluchtweg bieten. Komm! Er war nur Fake. Okay. Hier schleichen wir uns rein. Okay. Zack! So. Das ist fies. Der kann was, was wir nicht können. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Tschüss, Ninja-Meister! Das war der zweite schon? Was? Ah, fuck. Dann habe ich im ersten Raum irgendwas übersehen. Scheiße, da kann ich nochmal zurück. Warte mal. Oh. Da war ja was. Da war ja einer. Egal, ich wollte hier hin. Tschüss. Da bin ich zurück. Kacke. Vielleicht gibt es den ersten, wenn ich hier alle umgebrachte habe. Massenmörderin Peach. Das ist der erste? Nein! Ach, what the fuck. Genarf. Mir schwant etwas. Eine Falle! Aber eine sehr schlechte Falle. Wie gemein! Ich bin nur kurz an den Felsen vorbei. Das ist doch nicht geplant. Stirb, du Arsch! Du auch. So. So. Oh, na mal. Wir sind fast da. Oh nein. Also dann. Gut gemacht. Kannst du mir das auch beibringen? Das würde vieles so viel einfacher machen. Da wären wir also. Schnell. Auf den Turm. Es ist nicht mehr weit. Nun. Wie mag das sein? Ha ha. Es gibt kein Entkommen. Wir beiden. Wer das zum Staub zermalmt. Ha ha ha. Okay. Bleib standhaft. Unser Wille ist stark. Beinen wir uns. Wir dürfen wieder rennen. Kennen wir ja schon. Schön konzentrieren. Das hat geklappt. Dann auf zum Boss. So stur. Das ist das Ende. Gemeinsam können wir siegen. Naja. Ähm. Oh Gott. Nun wirst du. Was? Ich kann nur laufen gerade. Ah. Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay. So geht das. Damit haben wir auch die nächsten drei Funkelis erfolgreich gerettet. Und wieder erfolgreich Dinge verpasst. Ja. Warum man die Schleife gewesen sein soll. Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo da es hätte sein können. Ich habe bestimmt wieder so einen Geheimweg nach unten irgendwo. Aber. Keine Ahnung. So vier fehlen uns noch. Bin echt gespannt. Was die noch so zu bieten haben werden dann. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch eine Welt dann bekommen. Und da sind genau die vier dabei. Mhm. Das muss ja so sein. Das ist die einzigen vier, die dir noch fehlen. Cool. Deine Ninja-Künste sind unerreicht. Naja. Ich habe mich ein paar Mal erwischen lassen. Das war nicht so clever. Äh. Warte. Aufzug. 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 Zurück in die dritte. Dritte OG. Die dritte Etage. Entdecken wir zum allerersten Mal. Kung Fu Peach. Los geht das. Aber es ist echt der nächste Part bislang, ne? Ist aber auf der Uhr passiert? Ne. Okay. Ja, mein Crush lässt mich ohnehin warten. Ich habe auch einen taktischen Fehler, aber ich habe gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich erst ein, zwei Tage später von dir höre. Ich bin halt doof. Was soll ich sagen? Ich bin halt doof. Ich sollte sowas nicht machen, aber... Naja. Eine Kung Fu Geschichte. Bei der Trainingshalle geht irgendwas Verdächtiges vor. War mir eine Karate-Kit oder was? Wow. Oh, das kam von der Trainingshalle. Meister! Nein! Er wurde besiegt. Ja, da hat sich wohl jemand überschätzt. Ich habe versagt. Wer, wenn nur ein Kung Fu Astier wäre, ist alles verloren? Oh, dieses Licht. Ich schwöre, meine Kraft zurückkehrt. Wir können einen anderen Weg gehen. Ja, warte mal. Bestimmt gibt es hier vorne wieder irgendwas. Ich habe keine Lust, irgendwas zu übersehen. Hier scheint aber nichts zu sein. Ja gut, okay. Dann vertraue ich mal drauf, dass hier nichts ist. Bitte leid es deine Kraft. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Kann ich versuchen. Geld. Geld. Hehehe. Jetzt haben wir hier Feines. Kann ich hier rein? Und das war auch der Erste diesmal. Okay. Tschüss. Okay. Interessant. Wow. Respekt, Leute. Eine Grape-Tür. Oh nein. Wir haben einen verloren. Kippe nicht um mich. Hier kommt niemand durch. Ja, versuch nur durch das Tor zu kommen. Kung Fu, er könnte das schaffen. Du scheinst Talent zu haben. Kung Fu Prüfung. Ähm. Okay. Was genau soll ich jetzt machen? Hä? Ah, au. Kung Fu Prüfung. Ja, aber was soll ich hier denn machen? Hä? Hä? Hm. Können wir die Tür einfach aufwirbeln? Achso. Hm. Ich dachte, das ist ja komplizierter, als einfach das da zu machen. Ich dachte, ich muss ja den beiden Stangen irgendwas machen. Geschafft. Na dann. Verwandlung. Kung Fu Peach. Das ist ein Kung-Fu. Ach, das zieht nicht durch. Au. Ich bin voll aus Kung-Fu, Ass. Muss ich eigentlich besiegen? Glaube nicht. Ich gehe einfach. Ach du Scheiße. Huah! Hai-Hu-Ha! Hai-Hu-Ha! Bamm! Aus dem Weg, ihr Trottel. Wir halten sie auf. Okay. Aus dem Weg, ihr Idioten! Hm. So. Zack. So. Vielen Dank. Kein Problem. Hu hältst dich wohl verwürdig? Oh ja. Nun ja, mit Übung kann ich schaden. Muss ich das machen? Ein Duell an einem echt mächtigen Kick. Herr bisschen B für einen Kick. Bäääms! Hahaha! Du bist besser, als ich dachte. Wir sehen uns bei der Trainingshalle wieder. Willst du schon wieder einen übersehen? Ja, Mann, oh. War wo? Könnte nur gerade auslaufen. War doch gar nicht möglich. Ey, ich renge mich nicht mehr auf. Egal. Dann ist es eben so, wie es ist. Tschüss. Hm, das macht's. Ha, au. Ja, ach so, warte mal. Ich hab jetzt scheiße gebaut. Ja. Nee, hab ich nicht wirklich abgekriegt. Ha, geil. Und hier geht's runter. Bödesrein. Puh. Und tschüss. Macht aber Spaß, wie cool, Fu-Peach zu spielen. Generell liegen mir die Action-Level mehr als der Rest, die aber auch sehr kreativ sind. Keine Frage. So. Fällig. Hey. Ich stecke fest! Jetzt nicht mehr. Aua! Welche linke Beinarbeit? Okay, wo ist jetzt das Ding? Oh, weia. Hier ist deine Geschichte. Abwarten. Au! Du kannst doch zutreten. Ah, tschüss. Wobei, gibt es für die auch noch mal so ein Ding, den man alle besiegt? Ich habe gedrückt, Leute. Ich schwöre es. Aber offensichtlich eine Millisekunde zu spät. Ah, by the way, ich habe die Kamera die ganze Zeit nicht angehabt. Heute, heute habe ich aber auch irgendwie Ärger mit der Kamera, ne? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Der hat mich weit... Oh, nee. Der hat mich weiter dazu gezogen. Wie komme ich denn nach oben an dem Ding? Wie komme ich denn nach oben an dem Ding? Na, gar nicht. Ich muss hier warten. Ich denke mal, wie der viel zu kompliziert ist. Eine Spezialität von mir. Boah, gleich zwei übersehen. Das tut weh. Hä? Okay, ich muss den Start wegtreten von dem. Alles klar. Gut, dann verbuchen wir das Level mal als eine Katastrophe. Das muss ich privat nochmal neu spielen. Das ist echt nicht gut gelaufen. Meister, Rettung, Naht. Halt. Immer das Leben. Na dann, Kollege. Okay. Du bist ja ganz schön mutig. Los, halt eine Lektion. Ich mache nur einmal den gleichen Fehler. Und Tschüss. So. 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 Deine Technik ist die eines Meisters. Echt? So, wie ich kribiert bin. Er ist noch drin. Rette die Halle. Na dann. Wir geben unser Bestes. Nee, mich schief gehen kannst du ja nicht. Oho. Da bist du ja. Nun gut. Strenge dich an. Und. Bam. Hier ist schlecht. Jetzt nimm das. Oder? Oh. Oho. Sch juicy, du Idiot. Besiegt. Okay Leute, damit haben wir auch den ersten Kung Fu Peach Level geschafft Und es geht dann weiter mit dem Boss Alter, allein der zweite Teil der Aufnahme hat eine Stunde Haha, geil Ich habe Angst, ob wie lange der Part wird, ne? Aber das ist die Krux dabei, wenn man sagt, man macht lange Videos Dann können die halt auch mal richtig lang werden Ich bin gespannt, ob das um 16.15 Uhr online ist morgen Ich habe da so meine leichten Zweifel, aber okay Der Boss Mal gucken, was sich dieses Mal erwartet Ich habe zugegeben ein bisschen Angst vor dem Design Weil die Katze war schon, es hätte auch aus dem Horror Game stammen können So aus Poppys Playtime oder so Aber okay Stella, deine Aufgabe Gut, Funkelkraft bitte Äh, ich brauche 25 25? Mädel, wir haben 91 Was soll's Das war's fest Das war's Das war's Ich bin Gut, was soll's Was soll's Das war's Was soll's Das war's Das war's Ich bin Uf Er Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Wer wird uns hier erwarten? Welche Monstrosität? Oh Grape, du selbst? Peach, Peach, Peach! Und auch du, Stella! Wie könnt ihr es wagen, meine wundervollen Vorführungen zu stören? Ich habe euch wohl unterschätzt. Vielleicht sollte ich euch gar als Rivalinnen bezeichnen. Wie amüsant. Vielleicht betrübt es euch, das zu hören, doch mein Plan zur Aufführung der ultimativen Tragödie wird bereits umgesetzt. Oh, ein Hund! Ein Wauwau! Gebelli, Gebelli! Bei euch, für euch fällt leider jetzt schon der Vorhang. Lumi, sei so gut und spiele etwas mit diesen kleinen Mäuslein, ja? Lumi Löwe! Das könnte doch ein Pokémon sein, ne? Oh Gott! Okay, äh! Ach so! Oh, jetzt kämpf ich, was ich machen muss! Oh, jetzt kämpf ich, was ich machen muss! Okay, hält aber viel aus! Hä? Komm mal, noch mal Löwe! Und... Stimm! Oh, bis hierhin, bin ich cool! Dem Dummilöwe! Dummilöwe! Elekt, werden Elektro-Löwe! Elektro-Pokémon! Oh, warte. Tschüss. Was machst du denn jetzt? Oh Gott, au! Was? Der kann sogar Laser schießen? Au! Das ist fies. Treffer! Kacke! Die Zeit fahren hat mir nicht so viel Spaß. Oh, ne. Die zweite Phase hat ganz schön wehgetan gerade, ey. Mit diesen blöden Lasern habe ich auch noch nicht ganz kapiert, um ehrlich zu sein. Hä? Oh Gott, was? Okay. Ja, übertreib halt. So. Cooler Bosskampf, muss ich eigentlich sagen. Aber diese Laser sind, wow, in der zweiten Phase sind die echt krass. Aber egal, wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Und dann haben wir das dritte Obergeschoss, die dritte Etage abgeschlossen. Und können uns auf die vermutlich letzte reguläre Etage freuen. Toll, jetzt erschraut ein Teil des Theaters wieder im alten Glanz und das haben wir nur dir zu verdanken, Peach. Deine Funkelkampf ist einfach spitze. Wir sollten ein Theaterstück über dich schreiben. Aber vorher müssen wir das gegen Grape unternehmen. Jetzt kommt das oberste Stockwerk. Vielleicht ist sie ja dort. Vermutlich. Okay, Freunde. Dann erwartet uns beim nächsten Mal der vermutlich, die vermutlich letzte reguläre Welt mit dem vierten UG. Und vielleicht auch schon der Endboss. Wir werden es erleben. In dem Sinne, vielen Dank, für's dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Daumen da oben, abonniert mich sehr, freuen wir uns im Kanal sehr. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.